Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Wir machen heute gesunde Dinkelwaffeln ohne Zucker. In den Dinkelwaffeln ist kein Zucker, wir haben als einzige Süßungsquelle nur eine Banane. Und das finde ich richtig super, denn so kann man die Waffeln nicht nur am Nachmittag essen, sondern auch mal zum Frühstück mit schön frischem Obst. Dann ist es auch richtig gesund, mal eine Abwechslung. Und ja, weil es auch wirklich ganz, ganz schnell geht, zeige ich euch nun die Zutaten. Wir benötigen 250 Gramm Dinkelmehl, da habe ich jetzt Nummer 1050, eine Banane, die habe ich schon mit einer Gabel zerdrückt, 75 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Milch, 2 Eier, ein halbes Päckchen Backpulver, eine Prise Salz und das Mark von einer Vanilleschote. Als erstes kommen jetzt die Eier in den Mixtopf, zusammen mit der Butter. Dann einmal den Deckel aufsetzen und wir verrühren das Ganze eine Minute auf Stufe 5. Dann können wir jetzt einmal alles mit dem Spatel runterschieben, auch von dem Deckel. Nun kommt dann einmal die Milch dazu, die zerdrückte Banane und Salz- und Vanilleschote. Das heben wir jetzt einmal unter. 10 Sekunden auf Stufe 5. Nun kommt jetzt auch schon das Mehl dazu und auch Backpulver. Dann einmal wieder den Deckel aufsetzen und das Ganze verrühren wir jetzt zu einem Teig. Eine Minute auf Stufe 4. Der Teig für die Waffeln ist jetzt fertig, der sieht jetzt so aus. Falls euch die Konsistenz etwas zu fest ist, könnt ihr einfach noch ein bisschen Wasser dazugeben, gerne auch Sprudelwasser, dann hat der Teig nochmal so eine gewisse Luftigkeit. Ich habe jetzt auch nochmal einen Schluck Wasser dazugegeben, nochmal kurz verrühren. Ja, mein Waffeleisen habe ich jetzt auch schon vorgeheizt und da können wir jetzt einfach den Teig draufgeben und ausbacken lassen. Ich habe jetzt alle Waffeln ausgebacken und habe jetzt meinen Teller angerichtet. Und zwar habe ich hier zwei Scheiben Kaki geschnitten und auch zwei Bierenscheiben. Dann habe ich noch etwas für die süße Ahornsirup drüber gegeben. Das könnt ihr, müsst ihr aber natürlich nicht, denn in dem Teig ist ja nichts Zucker- oder Süßartiges enthalten. Ich habe es jetzt noch ein bisschen mit Amaranth getoppt und dann sieht es noch ein bisschen schöner aus. Und ja, so werde ich meine Waffeln jetzt genießen. Und nun sind diese leckeren Waffeln auch schon fertig. Beim Ausbacken habt ihr vielleicht gemerkt, wenn ich sie rausgeholt habe, dass der Teig etwas fester ist, aber sobald man die Waffeln stapelt, werden sie wieder weich, also ganz so, wie ihr sie auch kennt. Sie schmecken wirklich super lecker, halt überhaupt nicht süß. Dadurch, dass ich jetzt noch ein bisschen Ahornsirup drüber gegeben habe und natürlich das Obst, was natürlich auch schon süß genug ist, schmecken sie einfach richtig, richtig köstlich. Ihr könnt aber den Ahornsirup auch weglassen und die Waffeln einfach so genießen. Also macht es einfach so, wie ihr mögt. Natürlich kann man es auch mit heißen Kirschen, Vanilleeis oder Vanillesauce zum Beispiel machen. Ja, wie ihr möchtet. Da könnt ihr wieder kreativ sein. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! 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 Tschüss!